Der Alter ist auf Fuß. Der ist selber schuld. Besonders hat der Heli das gesehen. Aber ganz schön. Ja, ein kurzes Auto habe ich noch nie gesehen. Das ist immer recht. Wieso ist das heute in den Sommer hier raus? Das sind Bilder im Angeber, weil das hier gesunken war. Ich habe schon mal das Auto. Oder der Autor hat nicht mehr so richtig gute Bremsen und Lenkung, nur weil er viel zu selber ist. Oder der will ein Angeber werden. Wolltest du es angucken? Gucken? Nein.